Jesus hatte ein menschliches Herz. Jesus hat so wie wir auch als Mensch gefühlt. Jesus kannte und kennt menschliche Freuden. Er kennt menschliche Leiden. Er kann mit anderen mitfühlen. Er kann mit uns mitfühlen. Er kann unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Nöte, aber auch unsere Freuden, unseren Jubel, er kann das wirklich von innen her verstehen. Weil er eben ein menschliches Herz hat. Und dieses Herz Jesu ist natürlich ein ganz großes Geheimnis. Weil Jesus hatte ja keine Sünde, oder? Das heißt, dieses Herz, das war vollkommen verbunden mit Gott. Mir kommt vor, das ist ein ganz großes Beispiel auch für uns. Bei der Anbetung, da können wir irgendwie auch zum Herrn hingehen und können wir unser Herz einfach immer neu beschenken lassen, von Gott bestrahlen lassen, in der wirklichen Sonne bestrahlen lassen. Und dann hat Jesus natürlich auch die Liebe, die vollkommene Liebe zu uns Menschen gelebt. Wie er dann auf die Welt gekommen ist, da hat er zuerst einmal natürlich die Liebe gehabt, auch zu seiner Mutter. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und dann zu Josef natürlich. Und dann zu den anderen Menschen. Jesu Herz war ein Herz, das ihm voller Liebe war. Voller Liebe zu Gott und voller Liebe zu den anderen Menschen. Menschen.